Andere, aber Xio macht auch ein bisschen Coaching. Das ist Xio's Job? Jetzt bin ich interessiert. Ja, so... Also seine Bezeichnung ist so... E-Sports-Koordinator oder Spieler-Koordinator. Sowas in dem Sinne. Was macht man als E-Sports-Spieler-Koordinator? Also der macht halt das Angelegungs-Zeug, so. Gute Games. Aber der, der, der coacht auch. So, der macht da alles einfach. Okay. Also nach meiner Erfahrung hört sich, dass die eine Rolle anbringt. Wo man irgendwie was kauft, wenn die grad Lust drauf haben. Also war ein Rogue öfters so, dass... Also er beim FIFA-Bereich irgendwas haben wollte. Dann mussten wir irgendwie was kaufen. Aber ich glaub noch macht er das nicht. Aber ich glaub in Zukunft macht er das... Das FIFA? Ja, ja. Also generell so E-Sports-Zeug. Cool! FIFA! Mega cool! Frankfurt ist doch schon cool. Wuhu! Ab in die Blitz-Booster oder wie die heißen. Blitz-Packets. Ich hab noch nie FIFA gespielt in meinem Leben. Ja, besser ist es. Auf dem Nintendo DS? Hast du nicht gespielt? Nein, gar nicht. Auf Nintendo DS? Da hab ich FIFA gesuchtet. Warte. Ja, ja. Das gab's damals. Ich hab dann Nintendogs gesuchtet. Yo! Murdoch Murphy! Vielen, 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 vielen. Für 50 Sub-Gifts! Yo! Oder bin ich da ganz falsch? Vielen, 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 vielen. Ich glaub ich hab FIFA mal eine Zeit lang auf einer Playstation gespielt. Die erste ist so verdient. Vielen Dank. Für 50 Sub-Gifts mehr, dude. Danke dir. Mikrofon activated. Okay. Haben wir irgendwo, wo er gestartet ist? Ne, oder? Ähm. Das Wort haben nicht gelegt. Ist ein Alvern also. Ja, ist ein Alvern. Ich hab die Frage, wo start... Welchen Skill max ich denn auf Jungle Talon? Ah, nicht Wii oder für WP? W oder Q? W vermutlich. Ich würd von W ausgehen, ja. Ha! Das war ne Fangfrage. Das ist nämlich Q. Wirklich? Ne, es ist W. Wollte schon sagen. Wollt gibt das Sinn. Ich muss ihn nur kurz nochmal nachgucken. Ich hab sogar seinen Q genervt und wie 20 Base-Damage. Echt? Ja. Was hat er da für einen Buff gekriegt? Der soll ja broken sein. 50% mehr Damage auf Monster. Auf W, glaub ich sogar. Ja. Dann maxst man wahrscheinlich dort W, ha? Ja. Ich glaub auch. Hehehe. Fun Fact. Timo ist eh noch 50% mehr schaden. Auf Monster. Aber gleich ist... Kann Jungle game. Ist Jungle Timo bei ihm? Auf dem Kennen können wir nach Fun. Äh, ja. Das war auf jeden Fall ein Fact, aber wo war der Fun? Jetzt nicht auf Challenge oder vielleicht, aber... Timo kann eigentlich den Druck eklearen. Einfach nur Smith-Taxion. Boah, ich würde... So uplaid. Er hat einen Flash prediktet. Naja, wenn du noch kurz wartest. Was für 3 gerne direkt nochmal schauen. Ähm, Tolkien, wie wär's denn? Nächstes Game darfst du da im Jungle und dann gibt's einmal den Alan Timo Jungle. Ah ja, auf jeden Fall. Klar, gerne. Let's go. Ja. Komme. Okay. Oh my god. Die Milde erkennt das, haben's mehr. Also vor 7 Seeds. Also vor 7 Seeds. Mein Bid ist selber noch nicht fertig. Ich ignite ihn. Milde 1 ist 0. Hängst du da noch? Ja, wir können ja schon reinlaufen, Magus. Mal schauen, ob der Buddy-Language. Das hat die Talon-Mechanics gesehen. Abs. Ich bin in Ehrfurcht. Gute Games. Gute Stimmung. Ich hab eigentlich nur Q gedrückt. Keine Ahnung, wie der Ding gefolgt ist, ne? Er hat geflasht. Er hat geflasht hier rüber, der hat keinen Flash. Geht gemacht. Wir werden das halt sehen. Okay. Oder Hexfisch selber. Ich sag's mal. Ivan macht ja Raktos. Ne, er ist reset. Ich sag mal Bescheid als Update vom letzten Mal. Ich hab ein Gewerbe angemeldet. Nice. Und noch keine Probleme mit dem Fiskus bekommen. Ich bin oben. Ivan, Ivan ist hier. Ja, passt. Atrox hat jetzt geiles ab. Gute Games. Berlin ist voll schön digitalisiert. Kann man alles auch reinmachen. Wow. Ich komm aus Bayern. Ich bin da ein bisschen neidisch. Wenn du von gut digitalisierten Sachen redest, ist schlecht für mich. Ich hab heute ein Video gesehen, wo einer eine Partei anmelden wollte. Das wurde denen dann verboten und dann... Der Verbot wurde per Fax versendet. Wollen wir den unten killen? Mh, eher nicht. Gute Games. Gute Games. Der Beste auch, der macht vieles. Kannst du den einmal noch aufhalten? Nope, leider nicht. Big Wraith. Ja, Blitz, River, no Flash. Ich kanns move'n. Also der A-Trox hat keine Thumbs, hat keine Thumbs. Der ist da dran. A-Trox ist halt ziemlich hart overextended, aber... Gute Games. Gute Games. Gute Stimmung. Gute Games. Wärs ich jetzt dafür, oder war ich dafür? Nee, whatever. Ne. okay, natürlich... Eheh, eheh... Ich hab kein Wo posed zu spüren, aber ich muss bestest. Da hat der Elis da den Kegel gekriegt. Nichts, ganzー. Ich hab dich callen sollen, Toll-King... Ich hab dich ausgestorben. Wohin gestorben? Wohin? Nein, der war gegangt. Ivan hat mich gegangt. Boah, Alan, ich hab letztens, als du flestgespielt hast, habe ich Irelia gegen dich gespielt. Das war zu black gefistet, das war crazy wie viel Damage du machst. Leistung. Okay. Okay. Ey, nehmt die Komplimente, du nimmst den Wachops oder was? Ich nehm das Kompliment an. Der Witz macht so viel Damage, das war crazy. Also mit Irina gegen Timo verlieren, das ist aber auch schon illegal, ne? Naja. Also halt, ich hab... Ah, Hilfe! Wartet! Wartet, warum hilfst du mir nicht? Diese Stimme des Verrats. Dieser Ivan ist ja so lästig, Mann. Ja, so ist er wohl. Weil er 6 ist und ich... Nö, 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 ich muss mitfahren. Gute Gänge. Okay, alles gut. Äh, was denkst du über Diven? Ich hab meinen Knifebacker. Mhm, nö. Ivan kann kaum abgeben werden. Bad Rippen. Okay. Eigentlich ist das so gut du bist. Alles gut, ich hab Samstag. Vergiven. Ich meine, ihr habt keine Zeit mehr. Ihr müsst aber aggressiv hier. Okay, wenn Zett kommt, dann was machen wir. Ich kann jetzt kommen. Gute Gänge. Gute Stimme. Alles gut? Ist er schon tot oder irgendwas? Er hat keinen Flash, aber er hat echt gut. Die wissen aber alle nicht, dass Tano überwenden kann. Ich wünschte gern gewusst, dass ZettBotlane kommt, holy moly. Wenn es irgendjemand gesagt hätte. Ja, es wäre so genassgelnd. Ja, mei. Wahrscheinlich kein Doppelgehen, ne? Es ist halt, das Problem ist immer da, wo ich nicht bin, ist der Grand Canyon auf. Schon? Schau mal hier in die Mitte. Ah, das ist crazy. Jetzt siehst du, wie es einfach in der Mitte geht. Er hat zwei Mal gegankt von diesem albernen Alkan. Das ist immer derselbe Scheiß. Hat der Arthrox TP? Ja bitte? Hat er Arthrox TP? Sonst könnten wir jetzt T zwischen Tauern spielen. Äh, kein TP. Und ich muss sowieso basen. Keine Angst, ich hab hier meinen Gourd Drink already. Okay. So toll, du gehst hier, mach mal was. Nee, ich warte auf meinen Jungler. Dann Serpent Fang oder sowas, ne? Er hat keine Worte, glaub ich. Ja, Serpent Fang ist gut. Aber er wird wieder in 20 Sekunden. Oh Gott. Nice Damage, genug mit deiner. Ich glaub ich nehm den Drake. Ah, der Knappe gedrückt, wir beat es leider nicht. Ich stack Broadway, auf der können wir drücken. Gute Stimme. Äh, der hat sein Wart hier benutzt. Also er wird wieder keine Warts haben. Wieso benutzt er den Wart? Nee, eben auch mal Murphy für deine Subcuts, man. Wie gut man tut. Hör mal, ich hab dir jetzt schon 15 Ganks gegeben. Und ich hab nur 1 mit deinem. Du hast beide Kills bekommen, was beschwerst du dich? Danke dem Bordok, Murphy. Vielen, vielen Dank. Ich versuch dir hier zu helfen. Du musst resetten, tschüss. Pass zurück. Ich sag das ja aus der Liebe meines Herzens. Ja, ja, ja. Als Fanboy überhaupt. Gute Stimme. Gute Stimme. Wie nennst du nochmal diesen Timo-Schwurm-Trick, wenn du irgendwie so einen Backup-Schwurm machst? No way? Stratego-Schwurm. Ah, klar. Der Z ist ungefähr hier. Ich muss fein. Er hat Blue- 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 Ihr müsst selber auch mal, spielt euch mal Timo. Ich weiß ja, habt ihr schon mal Timo gespielt? Bestimmt. Äh, Ivan ist Hopp. Er gerade Blue-Bourft-Delivert. Gibt kaum was lustigeres, als Timo zu spielen. Der ist echt nicht schlecht, der Champion. Der ist missverstanden. Der kann auch top 10 kommen. Schlechtes Timing, no way. Meine Gegenstrahlen sehen ja richtig aus. Aber wenn du hier für XP-Range gehst, Baby. Ja, catchy, Top Wave da. Ich verliere grad wieder zwei Levels. Als ich letztes Mal gestorben bin, hab ich ein ganzes Level in XP verloren. Also kein Good Death willst du dir sagen. Er hat immer noch keinen Death und er hat keinen Ult. Du kannst ihn ganz sicher töten. Und da ist kein Ward drin. Ich hab grad geblinkt, aber kein Ward. Ja, okay. Ja, der Alvan hat Hebrick genommen, weiss. Die Sekunden können wir töten. Unsere Botlane verliere ich auch. Die skalern. Ja, der, der, ich bin, ich hab tatsächlich schlechte Gewohnheiten manchmal. Weil ich hab mich halt so dran gewöhnt, dass niemand in Nailo außer Nail, äh, Atrok spielt. Und jetzt spiel ich das Matchup, als würd ich gegen ihn spielen. Der bewegt sich anders. Ach gut, dass er nicht gescheitert wurde. Das ist die schlechteste Ausrede, die ich je gehört hab. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist echt die schlechteste Ausrede, die ich je gehört hab. Nailo traded komplett anders als andere Atrox Spieler. Also deine Ausrede ist, weil der nicht gut auf Atrox ist, verlierst du. Ist deine Ausrede? Ja. Mal. Das ist meine Begründung. Wollen wir hier bei dem Red Buff ein bisschen Rabazzama machen? Gute Stimme. Hier ist Daisy. Du hast es erfasst. Renn vor Daisy weg. Der ist nicht so stark, ey. Wenn der Ausrede da folgen würde, ne, holy fucks. Soll ich gar nicht füllen, pass mal hier ran. Dann oben, mal Red Buff hier. Nee, 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 nee. Der Clash. Ich hoffe. Ich bin auf der falschen Seite und nehmen überall Worts. Ich muss noch... Ey, das ist weg. Ich wurde schon mehrere Male von Daisy 1v1. Was ist noch hinter mir passiert? Oh my god. Der Blitz ist hinter dir. Kannst du mir den Ridge da? Ich sage nix, aber es ist wieder Klippe. Ich komm, aber ich komm ganz langsam. Aber ich komm. Wir sollten uns fighten auf jeden Fall. Ich hab noch Red Buffs noch Flash. Warte. Oh, nice. Ist das noch kein Flash? Ist das noch kein Flash? Hm, shit. Oh, Red Buff. Was bot? Okay. Ich hab gerne geholfen. Danke, man. Ich finde das ist illegal. Hotline. Illegal. No Flash. Hm, ich mach kurz die Cracks. Ja. Der ist raus, actually. Wer hat er? 12. Ah, mach schau. Ich bin immer. Der Advox hat keinen TP. Ah, schau. Na vielleicht wenn ich du auch lauf anstatt dir, denkst du mal. Ja, aber passt schon. Bist du fein? Ja, maybe bin ich hier. Ne, ich glaub ich bin fein. Alter Talon Jungle fühlt sich ja voll smooth an. Habt ihr mal Set Jungle probiert? Das ist auch broken. Nein, aber das ist auch broken. Das ist geil, ne? Das ist wirklich so angenehm. Das macht so Spaß. Du machst mit einem, mit diesem Out-Attack, weil die den gebufft haben, machst du so 300, 400 Schaden auf die Camps. Hm. Okay, ähm, aber nächstes Game ist ja zum Glück dann noch, ähm, Volker nimmt. Ich will den nehmen und versen. Meintest du nicht, dass ich drangele nächstes? Nee. Okay. Okay. Hab ich irgendwas, muss doch rein. Hast mir Skrattel noch? Obwohl bist du tot? Ja, no. Ich hab Item auf der. Hm. Kannst du mit deinem baden oder du? Ah, der Set hat den wir mich prüfen. Wieso? Ich kann seinen Ult einfach wehen. Der Arthrox hat, der Set hat mich aufm Radar. Ich bleib mal undercover. Oh, das kann nicht best. Was? Die gehen mitte rein? Ja, ich schau mitte. Komme? Der ist tot. Nice. Uuuuuh. Dravenbox. Bitte, Daisy. Jep, jep. Kombo in 5. Der Bottle kann gleich mitte sein. Komme. Kann er in die Kompon nicht, ne? Ich kann sein, die Kompon. Ich hätte meinen Red Smile mit reinkriegen können. Nee. Vielleicht hat er Daisy verloren deswegen. Das sieht einfach so Int aus. Das ist irgendwas lustig. Ja. Ein bisschen bad. Ich glaube alle kann verplaften. Wo läuft der Ivern jetzt in mein... Äh, der... Herald ist nicht mein Time. Hm. Hallo, Norman. Der wird... Der Plätze mal kriegen. Okay. Gewinn ich diesen Play oder gewinn ich diesen Play nicht? Halt auch deine Stratego schon mal. Ey, guck auf jeden Fall drauf. Und der erste Stratego schon... Ah. Und jetzt... Okay. Das wirst du nicht gewinnen. Und jetzt... Das wirst du nicht gewinnen. Du hast Flaschen 30. Außer der Poste. Ah, ich konnte es nicht lassen. Okay. Ich war... Ich war so lange geroutet. Z-Kam-Move, Botleine. Z-Kam-Move, 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 Z-Kam-Move. Okay, guck. Ah, was? Ich hab noch mal so zu flashen. Ach, ne. Ey, der ist nicht so gut wie der andere, ne? Deswegen gewinnt der gerade. Okay, okay. Das war ja nicht so gut. Du hast ein bisschen vorhin geähten. Warte, ihr spielt in Z-Kam-Move, Botleine, ne? Ah, macht das schon. In wen? In Z-Kam-Move. Das war ein Mann. Ich hab den 1-1 getötet. Exhausts. WTF, Z-Kam-Move? Ja, meine Güte. Warum, warum wissen wir das nie? Alter, schuldige mitgehen. Was meinst du mitgehen? Ich hab Kingdom. Ich wär nett, wenn du wave nicht am Fest. Ja, das wär sehr nett. Danke, danke. Ich lass dich. Aber du schuldest mir was. Möchtest du mitnehmen gehen, lieber Dizzle? So. Wo hat er denn noch hier wieder schon drauf? Aber Talon wurde sonst nicht gebufft, ne? Ja. Ich mein, 50% ist ja ein riesiger Buff. Ja, aber der wurde nur im Jungle gebufft. Und auf Link genervt, oder? Ja, basically. Also, die wollen den als Jungler haben. Ja. So. Das ist okay. Die Chips können nicht Hornshoten, aber sind trotzdem folgt. Der Grund, warum das so ist, ist, weil die unglaublich hohe Playrate haben in Low-Elo. Ja. Genau darüber hab ich auch geredet. Ja. Dass das so meine Aluhu-Theorie ist. Ja, das ist keine Aluhu-Theorie, die Wahrheit. Dass die so beliebt sind in niedriger Elo und dass sie die pushen wollen, weil in niedriger Elo nicht genug Jungle-Mains sind. Ja, ist absolut richtig. Das gleiche mit Darius Morgana gewesen. Ja, genau. Und Seth ist auch, der ist so beliebt. Dann hat Shep jetzt die Jungle leichter zugänglich machen und in High-Do macht es die einfach nervig und toxic. Aber Low-Do, wenn die dann actually deswegen gespielt werden. Wollen wir den Hittiten rein? Ja. Da können wir die Krabbe stehen lassen, ich brauch dafür. Aber da ist doch Rild auch relativ transparent mit, das ist legit der Grund, das ist. Haben sie gesagt? Ja, also ich, also nicht. Bei irgendein Reddit-Fat oder irgendein Kommentar. Amen. Haben sie in der Vergangenheit immer gehört. Ich glaube, dass sie auch gehört haben. Ja, also das haben sie mit Darius auf jeden Fall gesagt, ja. Mit Seth bin ich mir nicht ganz sicher. Haben wir die gehockt? Hm. Denkt ihr auch, dass sie auf dem, auf dem Patch, der jetzt rauskommt, dass sie Champions wie Yon gebufft haben, obwohl der gute Stats hat, weil Yon unfassbar beliebt ist und weil sie wollen, dass er beim Frontplay gespielt wird? Lauf da an, lauf da an. Ich glaube, es wäre richtig geil für Riot, wenn ein Champion, der in Low-Lo beliebt ist, bei Worlds auch gespielt wird, dann ist er wohl heute cool. Genau, das ist auch so eine Alu-Hit-Theorie von mir. Aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Da gibt es ja keinen Präzidenzfall für. Ja. Ich könnte nicht mal die Alu-Hit-Theorie steigen. Ich könnte nicht mal die Alu-Hit-Theorie über alle Edos halt 51% Win-Rate. Also es gibt keinen Grund, den zu Waffen, weißt du? Mhm. Außer du willst ihn halt unbedingt haben. Aber wo sind die Gegner hier in der Mitte eigentlich? Äh, ja in der Mitte. Ah, wer ist aber jemand? Gleich ist er auf dem Herald, aber wahrscheinlich nicht. No way for you, Sir. Der Aluhut, Mann. Ich hab so viele Aluhut, man. Man kennt ihn. Blitzcrankers hier. Ich renne durch den Turm. Das sind kein Flash. Oh. Und jetzt kommt der Parkour. Okay. Äh, du hast nicht getötetet. Naja, davor schon tot, glaube ich. Aber? Ich glaube nicht. Äh, ich komme wieder von der Seite. Ja, Mario. Einfach kein Flash jetzt. Ah, das ist die Hand. Perfekt. Und getankt. Achja. Kalt zu mir, kalt zu mir, kalt zu mir. Ich tötte alle. Holy shit, nice damage. Danke, danke. Mal wieder das Enemy mit Laner da und unsere nicht. Ist doch nur wieder über drei Worts, die war mit dann rüber gelaufen. Aber die sind einfach blind. Er kam aus dem Schatten. Äh, kannst du top lane gehen? Naja, kann ich. Aber ich kann die Wave da nicht. Äh, er hat MR, by the way. Immer schlecht, wenn ich ein Spiel spiele und nicht weiß, was ich brauche. Du musst ganz ehrlich sagen, wenn andere Leute Talons spielen, macht der irgendwie mehr Damage. Hm. Äh, die haben meistens Ignite. Ja, aber auch so irgendwie. Vielleicht proxst du deine passive nicht. Ja, ich mach irgendwas falsch, glaube ich. Ich bin ja ultra fett, ne? Ja. Stimlich, ja. Vielleicht liegt's an den Schildern. Ja. Hier sind ein paar Gegner. Ich komm, aber da ist der Zed und das wird schlecht für dich enden. Nö, ist raus. Jetzt hör wir wieder runter und dann töte ich den Zed. Ich komm mit, aber ich glaube wir sollten das nicht kämpfen. Nicht? Nur Fighters. Am Ende. Phelios hat keinen Flash, ne? Files wurde es versett. Also wenn der, wenn der Nowhere als erstes rotiert wäre, dann ja, aber... Hey, wo ist der hin? Hä? Das ist ein komplette Illusionist. Kann ich resetten. Und das? Komm mit. Wir spielen gegen fucking... Wie heißt der? Dieser fake Magier? Uri Geller? No, mate, come on. Fucking Uri Geller, ja. Hä? Hä? Der war da actually. Dieser fake Magier. Okay. Okay. Nice. Now we get to our anti-shield item next. Sorry, ich hab mich tatsächlich sehr erschrocken. Ja. Mhm. Der Brable. Hat noch Flash. Irgendwie ist der Full Tank so. Der hat noch Shippo auch. Aber Serpent's Fang auf jeden Fall. Ich glaub ich soll das nur mit Fang in, ha? Der Pulled in 30 Sekunden. Ich glaub Serpent's Fang wäre ein gutes zweites Item gewesen, ja. Also ich kenn's ja auch nach, ja, nach Jomo spawner. Der ist doch tanky, ne? Crazy. Die Alvern-Shields sind wild. Jetzt hab ich hier rein. Ja. Und wir haben gut Flank. Aber der hat zu fett Shaka. Ich komm aber ich hab auch nicht die. Der hat einfach so... Okay. Das hat er nicht mehr. Ich komm von unten. Question? Fokus mal den Alvern hier. Er hat keinen Flash. Moden 3. Er hat keinen Ult. Er hat keinen Ult. Er hat keinen Ult. Er hat einen Ult. Er hat einen Ult. Er hat einen Ult. Er hat einen Ult. So ein Anti hier wär auch fast. Ah. Nice. Okay, was ist das? Er hat sie gerade eben auf mich benutzt. Blobs the Law. Blobs the Law. Ne, ne, ne. Nein, die ist wirklich sehr, sehr niedrig. Wir haben ja Elite 500 in der Midlane. Was? Richtig. Ich dachte wär rough bei dir, aber... Ich bin strong, what? Ich hab 21 Meter Stacks wert mit 1000 Gold wert. So. Ich spür's mit. Hallo. Guys. Nice. Ja, die gehen auf Tollkino und wir machen Wache. Wir können aber Drake nehmen. Ja, top sind so viele Camps. Ja, guck, der ist sehr sauer. So die Situation, wo Argo uns anbettelt, seine Camps zu nehmen, einfach damit sie nicht ab sind und sein Mente beruhigt sich dann. Die einzige Situation, wo er uns Camps gibt. Ich glaub, die haben dich gesehen. Ja. No way. Der Drake ist ja gut für uns, ne. Aber... Ich glaub, wir können's einfach rushen. Let's rushen. Ich bin gleich da. Ich glaub, wenn wir das jetzt sofort machen, dann sind wir in Time. Ey, no way. Ich hab, glaub ich, noch nie mit der Flasco gespielt, während du nichts gegessen hast. Ja, das ist... Bei mir ist halt so... Ich hab ja jetzt... Ich hab jetzt sieben Stunden oder so gestreamt. Mhm. Und das Flasco ist ja so ein bisschen wie Pause. Weil dann hast du andere Leute, die die Leute auch entertainen. Weißt du? Ich find die richtig smart von dir. Ich hab eigentlich... Und dann hol ich mir halt dafür dann mein Essen. Ich hab eigentlich... Äh, Lost Baron, ich mein. Beziehungsweise, ich hab aktuell kein Essen, weil ich... Also, ich... Ich guck mir einfach in den Kühlschrank und nehm irgendwas da raus. Und ob das das schmeckt. Malwett, Malwett. Gute grob. Ist schlecht. Ey, was machen wir jetzt hier einfach auf dir? So, eigentlich muss ich in 4 Tagen mein Bachelor-Welt abgeben. Du musst... Ja, was hast du geschrieben? Okay. Du bist doch... Logistik. Was heißt eigentlich? Praktisch wirst du über League spielen. Genau. Ja, aber du... Du hast sie doch schon fertig, wenn du sie in 4 Tagen abgeben musst. Genau. Ah, okay. Ah, boah, voll cool, du alter Gangster. Ich... Ich... Ich bin gut dabei. Okay. Naah! Ich kann hier auf Timo. Okay. Jetzt soll ich nicht reden. Wenn die Stratego-Aram-Bombo-Kompatier-Gegner hat, die man immer disrespekt lässt. Das ist mein Fehler, das ist mein Fehler. Das passiert so oft. Ja, ja. Das jedes Mal eigentlich. Welche werden die jetzt Nash machen, ne? Ja, das Spiel sieht plötzlich sehr schlecht aus. Ich hab Flash und 30. Das sieht nicht schlicht aus, dann mal jetzt. Oh, das war close zu sehen. Ja, ja. Die Grafik sind noch auf high, aber... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich hab jetzt auch das Vorstil-First-Gear gemacht. War lucky. Ja, die machen keinen Baron. Interessant. Gleich AI. 600. Ja. Ich krieg 600. Leucht schon. Das sind die, die immer in der Schule gesagt haben, sie haben schlechte Noten und dann eins rausgekriegt haben. Soher bin ich nicht, aber... Ich bin tot. Shit. Okay, Zeit für Essen. Ich bringe super neue Emos und so, ne? Danke, danke, danke. Die sind noch nicht fertig, ne? Die sind nicht so gut, mit Medi-Kills zu lassen, ich hab Medias, ne? Nur, dass du weißt. Ja, ich wollte weg, sorry. Ich wollte Game-Carrieren, Marit. Nicht so geil, das ist ja. Echt, bitte. Unterlass das in Zukunft. Ich weiß grad nicht, was... Oh, ich wollte schon noch Nash machen, aber irgendwie... Irgendwie ist ein Mitländer gestorben, ja. Der hat mich gesehen. Ich kann halt nicht wirklich topflin' gehen, der selbst one-shottet mich schon so. Ich kann die matchen, wenn du willst, aber schon 100 Gold kann man einkommen. Alter, wer ist das? Ich brauche nur... Armor eigentlich. Ist nur albern AP. Fun Fact, Aphelios ist einer der schlechtesten AD-Carries gegen Teamer. Meistens, wenn wir Aphelios picken, dann bin ich so, okay, free game. Auch wieder wahrscheinlich ein Fakt, ich sehe aber nicht, wo er fun war, aber... Das war bestimmt ein Fakt. Du bist ganz schön Offensive, Tolkien, weißt du das? Ich hab jetzt noch neidisch. Ich hab jetzt noch neidisch. Das ist einfach so ein Fun-Fact oder unpopular Opinion sind halt nie Fun oder unpopular, weißt du? Ich hab so Angst vor dem hier ein bisschen. Und warum ist das so gut gegen Aphelios? Weil da pure Auto-Attack ist oder warum? Da ist doch bestimmt jemand. Allen, warum ist es so gut gegen Aphelios? Also warum ist es besser als gegen Jynx, wenn er beide Spacen sieht wie nur Auto-Attacker beispielsweise? Weil Jynx dich... Alle sind Top-Sein-Bereich jetzt Leute, konzentrieren euch mal aufs Game. Hier ist Flexion. Wir wollen jetzt Jynx erreichen. Also, okay. Jetzt konzentrieren wir mal ein bisschen. Hier vielleicht. Also Jynx kann dich immer Auto-Spacen. Weil der kann das nicht. Ähm, moin. Hier ist glaub ich hier unten. Oh, hier unten. Ich mein, wir können den Arthrox mehr oder weniger diven. Kann das hier auf Blitz sein? No way. Äh, der Arthrox kommt zu euch. Oh mein Gott, ich hab vergessen. Ich hab ja Go-Opt-Drinker nicht voll horse. Wurde Exhausted. Äh, ich komm mal. Aber die hatten noch Sub-Entfangen drauf gehabt, oder? Ein bisschen Kiten. Oh mein Gott, der hat fast überlebt. Er war echt Klaus, Mann. Ich hab Ignite. Wenn ich mich... Oh, danke. Wenn ich Kühler durchkomme, ist cool. Nice, good job, Team. Pop you the fact. Äh, wenn du geblindet bist, kannst du keine Blast-Gram benutzen. Ein Fun-Fact. Pop you the fact. Pop you the fact. Oh, nice. Warte, was der Schock von dir. Improve, improvise, overcome. Ich hab eine Smart von dir. I respect it. Ey, warte dich. Wir können jetzt Infernal-Soul in 30 Minuten verwenden. Äh, Sekunde. Brauch halt noch ein ganz bisschen Gold für Stopwatch. Ich hab jetzt schon ne Menge AP. Infernal-Soul macht's noch geiler. Ja. Ich vergesse immer, dass ich Goat-Trinker hab. Das ist nicht so gut. Also in den Games, die ich gesehen hab, hat das immer den Talon gesaved. Einfach letzte Sekunde benutzt, 700 HP bekommen. Aber ich find Goat-Trinker eigentlich gar nicht mehr so gut, oder? Aber jeder baut das wieder. Das ist mega. Und auch warte, wie viele Leute die gneint haben eigentlich. Äh, wir sind drei Gang-Souls, by the way. Just saying. Ja, aber das ist ja egal. Wir sind die wichtigen drei. Okay. Ich komm. Auf den. Oh. Nein, nein, nein. Wir haben einfach bitte die nach Fleiß. Danke. Okay, wieder dort. Oh. 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 Okay, wieder hier. Holy shit, man. Könnt ihr ein Nash machen? Ich geh kurz Bot durchpushen. Achso, ja. Der Jungler. Ich glaub, wir können enden, ja. Ja. Aber wir haben nur den Set getillt, was? Ja, nein. Nein, nein, nein. Ich glaub. Wir können auch einfach Top-Land. Lass Top-Land spielen. Okay, wir wollt, Jungs. Dann hast du mehr Chancen zu One-Shotten. Wo sind denn hier die Gegner? Äh, wahrscheinlich dort, wo wir sind. Dann komm ich mal dahin, wo die Gegner sind. Ja, wieso töten wir den Blob nicht? Machen wir das ein ins Spiel? Ich troll. Mal… Der hat dich ja schon wieder … Ja, Gott ich bin doch vergessen! Mann denn! Ich muss sagen, ich meine beste Leistung gerade. Ich mach ein bisschen, durche. Ich wollte's, ich wollte die Stats haben deswegen. Wow 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 wow. Ja. Geschwommen. Also der Aufzeichen noch mal auf Dings einzugehen, Dings ist tatsächlich megaschwer für Timo. Alter, come on. Ich hoffe, dass der Schilde zu kriegen, Mann. Ah, der ist so groß. Der ist voll der Serpent. Der ist ganz schnell am Ende wieder mein Ding jetzt ab. Wir können Leschner machen. Können wir ja. Wenn ich früher Poleball täglichen töten könnte, bevor er sein Schild kriegt. Ich glaub nicht. Oh, die Axt, die Axt. Na, rechnen wir mal. Aber mit dem Schuh, mit dem Schuh. Los, los, los. Hat er auf einen Stack, also wenn er mit 184 ist. Lass mir die Raptoren mal stehen, bitte. Dann bin ich Level 16. Über den Dirk, besser. Die trippen da, die trippen da, die trippen da. Ich hab version 1,30 spätestens, dann kann ich jeden Fall carry'n. Ich glaub, die können Lesch machen, die mit guten Reapons. Und die sind da hin. Aber es sind nur 2 da hin. Ja. Die Schuhs machen ja Schaden. What the fuck. Jetzt hier. Der Talon. Talonlon. Gibt's denn noch einen? Was ist mit Talonlon-Farm passiert? Ich glaub, der spielt nicht mehr mehr tatsächlich. Der spielt ja nicht mehr nur richtig später in der Nacht, dachte ich. Der war früher einer von Late-Line-Streamer. Der spielt auf jeden Fall nicht mehr heil, oder? Ich bin dem manchmal früher so nachts um 3 begegnet tatsächlich. Warum hast du nachts um 3 gespielt? Weil mein Schlafmuster war als Pro-Player. Oh, sehr normal. Also Daisy ist tatsächlich... Wir hatten ja teilweise Games, die so bis 24 Uhr gehen, da will ich nicht um 1 Uhr schon schlafen gehen, sonst spiel ich um Mitternacht schlecht. Ah, das hab ich aber damals tatsächlich auch gemacht. Damit ich richtig fit für die Officials bin, bin ich sehr, sehr spät ins Wett gegangen. Same. Was machen die in Rogue auch? Die gehen dann 2 oder 3 auf. Aber das ist ja auch richtig so, wenn du spät die Games hast. Manchmal Pro-Teams, die sagen dann irgendwie, du musst um 11 oder so, oder um 10 aufstehen. Aber das war richtig bad, oder? Ja, bei Eintracht stehen wir immer um 10 auf. Und haben so ein Meeting. Bei wem? Wo ist das gut? Bei Eintracht. Bei Eintracht? Ja, deswegen seid ihr auch nicht der Erste. Oh, wir sind der Erste. Wie was? Mit euch halt. Ja, aber... Seid mir neu. Oh, da wollte er den Goddrinker rausholen. Warum denn immer ich? Ich hab den Goddrinker benutzt. Habt ihr das gesehen? Ja. Habt ihr da drauf? Let's go! Das war fantastisch. Hab noch nie jemanden 1 besser drücken sehen. Es gibt Talon-Lon-Fahrer und der ist 300 LP Master. Wow. Der spielt einfach richtig spät. Oh, gute Games, gute Stimmung? Gute Games. Von us. Ja, danke. DJ. Nice. Pretty clean. Wir werden doch heute nicht mal für die Winning-Aktionen gehen. Oh mein Gott, Big hat eigentlich das vierte Game gewonnen. Let's go! Ja, es ist 2-2. Es ist so spannend. Es ist so spannend bei denen. Ich finde es immer krass, wie der französische Kanal gerade 90.000 Zuschauer hat. Die haben viel richtig gemacht. Was haben die richtig gemacht? Die haben auch oftmals mehr als 90.000, by the way. Ja. Also... Vor allem wenn halt diese zwei großen Teams da, Karim Korb und Solari, glaube ich, ist das, ne? Ich kann kein Clay again machen. Ich kann kein Clay again machen. Du musst mich wieder einladen. Ich kann nicht Clay again machen. Haben wir noch einen anderen Toplaner? So, er kommt. Dann gehe ich jetzt Mitte und Tolkien-Jungle. Und die nächste Runde ist Alan-Jungle. Alles klar, machen wir. Rotieren einmal durch. Ich habe zugehört, aber die Information nicht verarbeitet. Was bin ich? Du bist Toplaner, wie immer. Okay. Okay. Okay.